Hallo, da bin ich! Hallo, Togolino! Was kitzelt denn da? Ach du, was das? So. Und fertig ist die Hühnershow. Und hopp. Und hopp. Tada! So, so, fertig. Toll, das mache ich auch. Guck mal, das bin ich. Wo bleibt denn Togolino? Da. Ich liebe Erdbeeren. Erdbeermarmelade. Hm? Ach, du warst das. So, danke. Jetzt den und den grünen. Und fern. Achtung, es geht los. Muppidu! So, so, so. Und fertig. Okay. Und hopp. Muppidu! Hui, hui, huu. Nein! Du bist ja ein verrücktes Huhn. Hey, Togolino, komm hier lang. Und hopp. Super, Gunting. Oh? Hm? 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 Was ist das? Ah! Mh, lecker. Bäh. Der ist wohl faul. Ah, ich weiß was. Und fertig. Hey. Ah, hey. Hm. Ah. Tada. Willst du mitschaukeln? Ja. Äh. Und hopp. Äh. Super, Monty. Danke. Ups. Ich bin zu schwer. Und jetzt? Ah, danke, Huhn. Danke, Huhn. Hm, 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 hm. Gäß's� ně红 war chrome, hm. Hm. Hm? Blau? Ich hab die Later doch rot angemalt. So, jetzt aber Was? Hier stimmt doch was nicht Na, warte Gleich werde ich ja sehen, wer die Leiter immer wieder blau macht Florina? Erwischt Ich bemale die Leiter doch nur mit meiner Lieblingsfarbe Aber ich mag Rotvieh lieber Ich weiß, was wir machen Cool Muppidu Oh, eine kleine Raupe Du sollst nicht nass werden, bitte sehr Ah, die Sonne scheint Super zum draußen spielen Ja nun, es regnet ja Hat's schon wieder aufgehört? Ah, der Herr Schmetterling Der Weg ist frei Bitte schön Das ist ja ein seltsamer Regen Du musst doch mal sehen, wo der herkommt Ach, du lässt es hier regnen Ja, ich gieß die Blumen Darf ich auch mal? Ja, bitte schön Nanu, jetzt kommt ja gar kein Wasser mehr Vielleicht ist ja der Schlauch abgegangen Warte, ich schau mal Brauchst du nichts Was ist wieder da? Willkommen zur Bauernhof-Olympiade Alle bereit? Ja Los geht's mit Gewicht heben Der Punkt geht an Tocolino Ja, jetzt kommt der Apfel auf Oh, oh Er ist da Moment mal, feststecken gilt aber nicht Deshalb hat Florina gewonnen Bravo Weiter geht's Wer rutscht am weitesten? Hui Tum Platz da, ich komme Yippie Ui, der Punkt geht an Tocolino Alle haben einen Punkt Wir brauchen noch eine Aufgabe Kirschkern weit spucken Hand Nicht schlecht Yippie Jetzt du Tocolino Tocolino hat gewonnen Super Tocolino, gratuliere Buppidu So, ja Das ist gut Alles klar, Florina? Alles klar Ich bin bereit Okay Und los Yipp Ja, schneller Tocolino Und Hipp Ja Oh 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 Achtung Aus dem Weg Oh Ja Ja Und Japp Ah Oh Oh Oh! 6, 7, 8, 9, 10. Ich komme! Du musst dich verstecken, Kalito. Wir machen es nochmal. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Ich komme! Das war schon viel besser. Aber du musst dich so verstecken, dass ich dich nicht gleich finde. 8, 9, 10. Ich komme! Hm. Diesmal hat er sich richtig versteckt. Wo ist er denn? Ha! Hab ich dich! Ups! Entschuldigung! Aber jetzt hab ich dich! Suchst du wen, Zogolino? Na, Kalito. Wir spielen nämlich Verstecken. Ach so. Also hier ist er nicht. Aha. Ach, nö. Wo bist du denn? Juhu! Kalito! Hm. Wo ist er denn nur? Hm. Aha. Ja, wo ist denn der Kalito? Ja, wo könnte er denn bloß sein? Na? Gefunden! Bei den Keksen. War ja klar. Geh. Ham. Los, wirf, Florina. Okay. Ja. Der war weit. Was ist das denn? Komm mal, Florina. Was hast du denn da? Aha. Das ist ja eine Schatzkarte. Hm. Tja. Hey, das ist doch unser Bauernhof. Hier ist der Sandkasten. Da ist das Baumhaus. Hm. Das ist das Haus. Dann ist der Schatz also. Hm. Im Blumenbeet. Haha. Los, lass uns das sehen. Mhm. Und? Hast du schon was gefunden? Nein, hier ist kein Schatz. Schade. Aber warte mal. Ja? Ich hab eine Dose gefunden. Eine Dose? Ja, und da steckt noch was drin. Ein neuer Hinweis. Hm. Was steht denn drauf? Hä? Ein Huhn? Also bei den Hühnern. Ich kann keinen Schatz entdecken, Toccolino. Vielleicht müssen wir uns die Hühner mal genauer ansehen. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Ich seh noch mal im Wohnwagen nach. Hm? Gok, gok, gok. Gok, gok, gok. Monty? Bist du das? Wow, Schoko-Eier. Das ist aber ein leckerer Schatz. Danke für die tolle Überraschung, Monty-Huhn. Gok, gok. Und zack. Haha, pfui. Ups. Äh? Wo ist denn die Leiter? Wie soll ich denn da hochkommen? Ich schaff das schon. Ah. 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 Ach. Zu hoch. Hm. Und Anlauf. Oh. Oh. Hm. So, jetzt aber. Ja. Ha. Volltreffer. Ja. Gleich habe ich ihn. Oh. Nicht. Ha. Hiermit klappt es bestimmt. Wie soll ich denn jetzt runterkommen? Florina, hier oben. Hey, Tocolino, was machst du denn da? Ich hänge fest. Kannst du mich abholen? Na klar. Und hopp. Und hopp. Hui. Genial. Danke, Florina. Warte, wir müssen noch mal zurück. Okay. Hopp. Haha. So, hier noch ein paar von den Kleinen und die Großen in den Kreis. Jetzt bin ich aber gespannt. Oh, wie schön. Wuppidu, es hat geklappt. Toll. Ja, los geht's. Uiuiui. Tocolino. Uh. Pass auf. Warte, ich helfe dir. Puh. Tada. Bravo, Tocolino. Bravo. Zum. Wumm. Och, Manu. Ich glaube, mein Drachen ist kaputt. Warte, Carlito. Halt ihn mal hoch. Hopp. Oh. Hehe. Hohoho. Danke, Tocolino. Haha. Hier. Haha. Ja. Haha. Hohohi. Hehe. Hehe. Stopp. Uah. Huh. Uh. Wow. Hoppala. Was macht ihr denn hier? Halt. Einen Moment bitte. Und jetzt könnt ihr. Alles klar, Monty. So. Hier ist der Kuchen. Hm, lecker. Der sieht ja toll aus. Oh. Kein Problem. Ich mach uns schnell einen neuen. Backe, backe, Kuchen. Und zum Nachtisch gibt's Eis. Ah, Post. Wer schickt denn solche Post? Hä? Aha. Hä? Oh, cool. Und los geht's. So, mal gucken. Wie geht das denn? Überraschung. Überraschung. Super Bild. Hip! Huh. Hip! Ja. Freiheit! Ho! Ha! Have we? Yeah! Ei, ei, ei. Ach. Mh, lecker. Haha. Na bitte, ist doch kein Problem. So ist es viel leichter. Mh, mh, Muppidu. Bin in Startposition. Flugzeug bereit zum Abflug. Auf die Plätze, fertig und los. Wow. Ui, ui, ui. Hey, gar nicht schlecht. Hast du Lust, noch mehr coole Videos zu sehen? Dann tippe jetzt ein Video an. Viel Spaß und bis gleich. Dein Togolino.